so na der ist nun mit harvest plants beschäftigt holz haben wir jetzt jedenfalls auch wir holz das haben wir jetzt auf jeden fall wieder genug fürs erste und 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 ja, irgendwann durch den Dampstone durch. Okay, hier wird gebuddelt und er forgt ein Iron Shield, okay. Und wir gerade noch mal Pause, ich muss noch mal gucken. Wenn ich daraus ein Tempel mache, wer so ansehe. Dancefloor in Common Area, 2x2, okay. Dann nehmen wir wahrscheinlich am besten gerade den da oben dann. Und wir müssen noch 5 Instrumente, also nicht große zum Aufbauen, sondern kleine herstellen. Das ist die Frage, wo man die dann herstellt. Hm. Na ja, erstmal machen lassen wir die hier machen. Die Zwerge halten wenigstens auch einige Massenordnung mittlerweile. Und jetzt geht es weiter. Das war ein Luke. Was ist das, was wir? Was ist das, was wir? Wer da hat sich aufgeklärt? Wir haben den Farmer bekommen. Was macht meine Backbestellung? Die ist durch. Vorhin in unserem Hospital, wenn ich richtig gesehen habe, liegt zur Zeit auch niemand mehr. Das ist auch gut. Mein Militär sieht langsam richtig stark aus. Stimmt, wir brauchen ja noch Ersatzleute, glaube ich, für das Militär, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, hier fehlt einer. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier fehlt auch einer. Die sollte wirklich hier unten ein paar Käfig fahren. Oder so platzieren, dass ich Gegner einfangen kann, wenn sie meinen, sie müssten da unten rumlaufen. Also wenn sie irgendwie runterfallen oder sich runterschmeißen. Und ich würde wirklich gerne wissen, wenn ich bei Fee... Und ich würde wirklich gerne wissen, wenn ich bei Fee... nachgucke... Ja, erstmal weiß ich nicht mal, ob das Bepaird Fisch ist. Und normalerweise müsste Roar Fisch dabei stehen, wenn es Roar Fisch wäre. Header, Back, Bot, Ash, das ist alles komplett. Ja, die beiden warten. Ist gut. Ähm... Catch live Fisch... Okay. 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 Ach so, der nimmt sich eine Animal Trap dafür. Ja, aber der bräuchte wahrscheinlich noch einen Köder. Äh... Ne, geht normal fischen, bitte. Auch wenn ich bis jetzt immer noch keine Ahnung habe, ob ihr was an Land gezogen habt. Hm... Hm... Ja... So, hier sind wir fertig. Das heißt, wir haben mal die ganzen Steine und auf den Müll da mit. So, dann smoothen wir das Ganze mal. Vielen Dank. Ich habe übrigens mal geguckt, das ist mir jetzt beim letzten Upload aufgefallen. Wir sind schon bei über 60 Folgen. Jeweils drei Folgen sind eine Stunde, das heißt, wir sind schon mal bei 20 Stunden, was schon mal ein guter... ...es Stück ist. ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also so wie das aussieht ist hier oben Krieg. Bis zum nächsten Mal. Ihr wüsst halt jetzt echt nicht, was ich mit einem Messenger anfangen könnte. Weil sonst würde ich sie mal vor unserer Heimat schicken. Wo ist denn mein Fuhr? Ach, hier ist mein Fuhr. Ach, und hier ist Krieg in der Nähe ausgebrochen. Okay. Ambush. Elfen. Bitte sag mir, dass niemand draußen ist. Oh, okay. Okay. Du. Kannst wieder gepullt werden, dass die anderen reinkommen können. Okay, Amor ist fighting. Weifers of Darkness ist auch da. Okay. Okay. Oh, okay. Das klang gerade nicht so gut. Hat man wahrscheinlich gehört, den Soundfehler. Aber ja. Wenn wir schon mal dabei sind, sollten wir auch mal wieder speichern. Save and Return to Title, weil es wird mal wieder Zeit. Das überziehen wir wieder viel zu lang. So, und dann gibt es hier erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.